Ne, irgendwie... Hä? Oder muss ich, ähm... Das kann natürlich sein, wartet mal... Alter... Ich speise ja hier nochmal... So... Natürlich... Ist ja klar... Oh shit... Da war ich zu weit nach links gesprungen... Okay, und hopp... Und... Einmal kurz den Hebel da betätigen... Beziehungsweise Knopf... Aha... Oh, das wollte ich gar nicht... Äh, ne, 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 ne... Ich muss jetzt wieder laden... Ich geh doch nicht den ganzen Weg nochmal... Äh, ich betätige trotzdem mal kurz den Hebel... Äh, ach man, den Knopf... So... Ich weiß zwar nicht, was er jetzt gemacht hat, aber... Äh... Hä? Hat der das da irgendwie umgeschaltet, der Knopf? Ne... Dann... Ähm... Hat der das jetzt gemacht? Hat der das jetzt gemacht? Der Knopf da? Äh... Jetzt ist offen... Jetzt ist zu... Äh, das ist doof... Ich muss wahrscheinlich... Äh, ich darf wahrscheinlich nicht, äh, von der Seite... Sondern... Muss... Über die, äh... Über die Balken... Okay, das hat geklappt... Ja... Ich... Ich... Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll... Oh... Ich fang zu nah und dann... Bist er weg... Was soll ich machen? Aber es ist genug Platz zwischen diesen fliegenden Ananassen, ne? Ja... 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 Okay... Oh... Da war ich zu nah... Oh... Da war ich zu nah... Mann... Ja... Ne... Ist klar... Habe ich es mal geschafft, aber bin... äh... Da liegt dann die Lava... Oh... Speichern... Einmal bitte speichern... So... Äh... 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 Ähm... 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 Okay, ich glaube wir müssen erstmal den Rechten und dann den Linken... Ähm... Hallo... Äh... Knopf betätigen... Äh... 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 So... So... Da ist die Lava fest... Äh... So... Dann machen wir das nochmal... So... 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 Und... Sack... Weil ich fand den Anblick eigentlich schon cool, oder? Aha... Ich speichere hier mal... Äh... Äh... Den... Den... Den Anblick von diesem Drachen... Mann... Ey... Ich sag nichts von zurückgehen und was macht sie? Sie geht zurück... Schon cool, oder? So... Jetzt wollte ich nochmal gucken... Was es hier denn so gibt... Kann ich mich da festhalten? Bestimmt, oder? Gut... Dann gucken wir erstmal... Hier hinten... Bzw. hier vorne... Mhm... Mhm... Aha... So... Wo führt uns das denn hier hin? Ach so... Ach so... Ja, natürlich... Äh... Tätchen einmal... Aha... Aha... Na... Nach da... Äh... Okay... Kann ich eigentlich... ähm... Oh... Aha... Aha... Ähm... Aha... Mann... Äh... 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 Nein, ich wollte nicht... Keine Fackel... Was hat es denn mit dieser Plattform da hinten auf sich? Wenn ich mal so fragen darf... Man... Ich... compass... Ach so... Ja... Ok... Wauxi... Just the window... I-ergendwie habe ich mir das schon gedacht, aber... Ich hatte es gerade überhaupt nicht erwartet... Och nö... Ey, hallo? Komm, sag doch, was du willst So Hä, das hat doch letztes Mal geknappt Äh, geknappt Hört doch letztes Mal geklappt Wahrscheinlich habe ich Anlauf genommen, ne? Jo So Dann einmal bitte hier hoch Einmal hier den Hebel betätigen Einmal hier die, äh, Dinge ins Nehmen Dann hier nochmal Aha Aha Genau Das heißt nochmal hier so mit Scheiße Na Ja, ja, okay Kann ich denn nochmal Äh Das war so nicht geplant Und ich habe mich wieder nicht gespeichert So, jetzt habe ich hier nochmal gespeichert Also jetzt Und dann versuche ich nochmal Wie wir es beim ersten Mal irgendwie hinbekommen haben Genau, so Und einmal Ne, war toll Wir sind ja nach links Genau Wo war das hier? Also einmal Huch Ah, wo ist mein Muni? Da Backe hin Ich weiß das immer noch nicht genau Aha Aber nee, das ist glaube ich Munition Ne, einmal nach da Und Scheiße Nein, 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 nein Nein Jetzt, komm Hier Zack Ähm So Und Hopp Ne, wir müssen es irgendwie schaffen Dass wir da So durch Packen Also wir müssen glaube ich Irgendwie den Kopf erreichen Hallo Danke So geht natürlich auch Hallo Ich kann nicht Bis da ganz hin Scheiße Fast Ach man Ah ja, genau Munition Danke, Mann Dass du mich nochmal daran erinnert hast Ach man Aha Also Nochmal Nein Nochmal Gut, ich probiere mal den Weg, den das Spiel anscheinend für mich bereitet Hält Also Hier Ähm Hä, aber wie soll man denn Geht doch gar nicht, oder? Man kann sich ja gar nicht festhalten Oder Geht doch Aha Das müssen wir mal ausprobieren So Nehmen wir das hier Und dann Hier runter Es klappt nicht Ich Ähm Werde jetzt mal was anderes versuchen Und zwar Na mal hier hoch, bitte Aua Aua Ähm Ne, es ist auch abgesunken, ne Aber wir können Hier Und dann Und dann Und natürlich können wir auch Hier Äh Ja Ja, ich spreche immer Und dann Könnten wir folgendes versuchen Äh, wenn du so dahin landest, natürlich Geht das natürlich nicht Du musst schon Äh, so landen, dass du nach vorne schaust Also nochmal So Äh 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 Specher nochmal Und Hopp Äh Äh So Alter Du flüsterst mir zu laut So Und Hopp Äh Nein Nein Ach Mann Das kam jetzt zu unerwartet Spiel Das ist mir doch mal eine Pause Ich fühle mich ein bisschen gemobbt Aber nur ein bisschen Huch Und Zack Und Zack Und Hä Ich wollte nur noch gar nicht springen Hä Die sind einfach wieder weggesprungen So Jetzt Zipper Hier Komm Der Raum macht mich fertig Oh Ich Hätte vielleicht auch mal Die W-Taste gedrückt hätten sollen Unter Umständen wäre das vielleicht Äh Besser gewesen So Aber wir haben ja alle Zeit der Welt Nicht wahr Oh man Da kommt das Mann 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 Wartet mal Ähm Ich glaube ich kann auch direkt wieder da hinspringen Wo wir am Anfang waren Wenn ihr versteht was ich meine Ach ich bin ja auch doof War ja mit Anlauf Nicht vom Stand aus So Und dann Einmal so Und hopp Und hopp Und hopp Ach ja Shit Ähm Ja Okay Da Hat mein Hirn wieder ausgesetzt So Dann versuchen wir es auch nochmal Weil es bleibt uns ja nichts anderes übrig Das ist Das ist Das ist Ahem.